So, er ist ein echter Gentleman, das sehen wir schon. Was haben wir denn noch über Herrn Grashüpfer so zu bieten? Hier sind seine Indizien. Sie fragen sich sicher, warum ich in Gestalt eines Grashüpfers auftrete. Mein Augenmerk liegt auf dem guten Ton. Denn der verbindet uns. Achten Sie auf meinen Stil, denn ich bin der Meister des Stils. Da kommt nicht einmal mein Sportsfreund Bum Bum Beck heran. Heute werde ich Ihnen zeigen, dass ich sogar hinter einer Maske das Zeug dazu habe, Applaus zu bekommen. Machen Sie Ihr Blitzlicht bereit. Mein Auftritt wird Ihr Herz zum Hüpfen bringen. Danke. Vielen Dank.